Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite! In wenigen Sekunden aktualisiert sich dieser Shop und ihr wisst, üblicherweise mache ich keine Shop-Videos, außer ich erwarte einen richtig seltenen Skin darin, auf den ihr euch freuen könnt. Bevor der Shop aktualisiert, gibt es aber noch einen kostenlosen Skin für alle Playstation benutzt. Und zwar gibt es jetzt für Playstation wieder ein neues Paket, Leute. Ihr müsst damit wieder ganz einfach in den Store reingehen. Dann geht ihr auf Suchen, tippt Fortnite ein, so, Fortnite, so, gibt Fortnite ein und dann gibt es hier den Mathelehrer ganz unten, scrollt einfach runter. Kostenlos für jeden, der Playstation Plus hat, aber ich denke mal, viele, die Playstation haben, haben auch Playstation Plus. Es lohnt sich so oder so immer auch für die kostenlosen Games, die es jeden Monat gibt. Und nachdem ihr den Kauf getätigt habt, kriegt ihr diesen Mathelehrer Plus den Rucksack für Playstation-Mitglieder wieder kostenlos dazu. Und hier könnt ihr die auch auf allen Plattformen spielen. Und da ist sie, Leute, da ist der Shop aktualisiert, rotnäsige Räuberin und die Zuckerhacke sind drin, plus der Zuckerhacken-Skin, plus noch ein Rotnasen-Ranger. Holy Moly, da ist ein männlicher Konterpart dazugekommen, Leute. Wenn ihr euch eines dieser Skins kauft, hey, Stani, ist dieser Creator-Code, da haben sich ja viele darauf gefreut, sag ich mal, ne, diesen... Oh, ich muss mir noch die Dinger aufladen. Okay, machen wir ganz kurz. Wurde aufgeladen, seit 320 Tagen war dieser Skin nicht mehr in den Shop, ist jetzt reingekommen. Und das wird wahrscheinlich jetzt jeden Tag ein bisschen was Neues geben. Und der ist auch neu dazugekommen. Ist jetzt nicht der krasseste, aber ich denke mal, das wird ein Weihnachts-exklusiver Skin sein, deswegen gönnen. Und natürlich die Zuckerhacke, auf die so viele Leute mega gespannt waren. Und das ist eine reaktive Zuckerhacke, Leute. Das ist eine reaktive Zuckerhacke, das heißt, da ist irgendwie ein Effekt dabei, das du öfters mal mit der Haut... Ich denke mal, dass die LEDs immer schneller leuchten oder sowas. Und dann noch der Zuckerstangen-Waffenskin, den hole ich mir auch noch rein. 300 V-Bucks kosten neue Waffenskins, sind jetzt auch in den Shop reingekommen. Und ist auf jeden Fall mal ganz nice. Was, wo können wir die Waffen... Ah, so sieht ein Auto aus mit dem Waffenskin. Ne, so sieht deine AR damit aus. AR. Ist nur ein grüner Skin, aber... Also, der hübscheste Skin ist es nicht. Es ist aber eine Zuckerstange und es werden noch weitere Waffenskins folgen, aber... So sieht ein Sniper damit aus. Die Sniper sieht tatsächlich aus wie eine Zuckerstange, wenn man das so sieht. Und so sieht eine Pistole aus. Da sind die ganzen neuen Waffen... Zuckerstangen-Waffenskins, die jetzt noch zusätzlich dazugekommen sind. Und halt noch dieser Rentierskin, der jetzt noch mit dazu ist. Das ist der männliche Konterpart zu dem weiblichen Rentierskin. Das heißt, CodeName11 wird auch noch einen weiblichen Elfen-Skin bekommen. Beziehungsweise, den haben wir ja schon. Den haben wir ja heute Morgen schon geleakt, ne? Beziehungsweise heute Mittag. Und die Zuckerhacke ist wieder im Shop, Leute. Die seltensten... Eines der seltensten Skins in diesem Spiel sind wieder raus. Und damit bestätigt sich halt... Alle Skins kommen wieder. Freut euch noch auf den Lebkuchenmann und auf den Nussgenacker. Ich werde euch da immer auf den Laufenden halten, Leute. Abo reinhauen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Für diese besonderen Skins gibt es dann natürlich ein eigenes Video für. Und... Gebt mehr Flosse. Flop.